Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Jährling Play Seftech Ages of the Sky. Weiter geht es wieder auf unserer Insel und ich muss gleich sagen, ich hoffe, dass es auch die nächsten Tage weitergeht, denn mein neuer Festplattenspeicher, der M2-Speicher ist gekommen, den werde ich gleich nach der Aufnahme von dieser Folge jetzt dann einbauen und alles neu installieren. Ich hoffe, dass bis morgen alles klappt, dass bis morgen alles fertig ist, dass morgen wieder eine Folge kommt. Wenn nicht, dann habe ich wohl meinen PC geschrottet, aber egal, nur zur Info, falls es eben passieren sollte, dann wisst ihr Bescheid. Was machen wir heute? Wir werden uns heute einen Eimer Strom craften. Was heißt einen Eimer Strom craften? Wir werden uns ja um Strom kümmern. Ich will endlich Saft haben. Strom, Energie, Power, äh, yay, keine Ahnung, jetzt ist mir kein Wort mehr eingefallen. Ist aber auch egal. Ich würde sagen, wir legen einfach los und kümmern uns darum, dass hier was weitergeht. Und ich habe mal wieder eine kleine Liste vorbereitet. Wir wollen uns Energie machen. Wir wollen die Energie auf zwei verschiedene. Was heißt wir wollen? Wir haben zwei verschiedene Quests, ähm, offen. Wenn man mal hier reinschaut, zack, wir haben einmal das Waterwheel. Man kennt ihn. Und einmal die Windmill. Man kennt sie. Aber wie gesagt, wir müssen oder wir sollen beides machen. Und ich denke, wir machen auch beides. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit ein bisschen Treated Wood an. Denn Treated Wood habe ich einiges besorgt. Ihr seht es schon selber. Jede Menge Treated Wood. Und ich weiß aus Erfahrung, wir brauchen hier massenhaft Treated Wood Sticks. Und, ui, ähm, ich denke, acht sollten reichen. Ich glaube, wir machen ein Windrad. Ich denke, das sollte für den Anfang einmal ausreichen. Ein Eisen-Inget. Und dann ist das Thema auch schon erledigt. Ähm, das ging relativ flott, muss ich gerade sagen. Okay, aber es fehlt ja noch was. Und zwar, wenn wir hier mal reinschauen. Okay, die erste Quest erfüllt. Bei Windmill müsste das Ganze drinnen sein. Da müssten auch die Windmill-Sails drinnen sein. Jawohl, die sind auch mit da. Die könnten wir jetzt entweder mit Hemp-Cloth von, äh, ähm, Better with Mods. Oder eben mit Tough Fabric. Das ist einfach nur ein Stick. Und Hemp-Fibers außenrum. Und weil ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich farme mir mal ein kleines bisschen Industrial-Hemp-Fibers. Ich habe quasi da draußen, ähm, hier eine ganze Reihe angepflanzt. Und ihr wisst es ja, mit den Bienenstöcken, es geht unglaublich schnell. Ich habe auch jede Menge Sticks. Von dem her, äh, sollte das schon mal kein Problem sein. Ich denke, wir machen uns einfach mal... Wie viel brauchen wir da? Keine Ahnung. Ich mache jetzt einmal 32 Stück. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir hier kommen. Und was hat jetzt geschehen? Ui. Fünf Stück nur tatsächlich. Ähm. Oh. Okay, dann ist es gut, dass ich da draußen noch einiges zum Apernten habe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so viel Zeug frisst. Aber es ist jetzt selber, da kommt schon wieder unglaublich viel dabei rum. Das Zeug, das wächst so schnell nach mit den Bienenstöcken. Ich habe mittlerweile auch die Watering Can gecraftet. Aber ganz ehrlich, also die war zum, zum, äh, am Anfang dauert es ein bisschen, bis die gewachsen sind. Da war die ganz okay. Aber ansonsten, ja, es ist jetzt schon wieder gewachsen da das Teil. Die Bienenstöcke, die powern durch ohne Ende. So, wir brauchen sechs Stück für eins. Jawohl. Und das sind insgesamt acht Stück. Wir haben sechs. Äh, das heißt, wir brauchen zwölf. Okay. Ich bin jetzt gespannt, ob das, ob meine Rechnung so aufgeht. Jawohl, jetzt haben wir die acht Stück. Genau, dann können wir das Ganze schon mal mit, ähm, mit, mit, mit Segeln bespannen. Das müssen wir dann, äh, in, in, real life wollte ich schon fast sagen, in, in echt machen. Also, wir müssen die dann wirklich da drüber ziehen. Aber das werden wir dann gleich noch sehen. Äh, ist eigentlich ganz witzig. Aber ich denke, wir gehen hier auch gleich den Weg und craften uns nebenbei auch nochmal gleich das Waterwheel. Und dann bauen wir einfach beides gemeinsam auf, denke ich. Genau, und zwar brauchen wir hier vier Stück für ein Waterwheel. Ich mache natürlich wieder das große Setup. Sprich, wir craften uns hier, äh, das Ganze dreimal, damit wir die drei Waterwheels bekommen. Das Maximum, was man da ranhängen kann. Wir brauchen drei Stahl. Genau, dann können wir uns hier schon mal die drei Waterwheels craften. Jawohl, und damit ist auch die zweite Quest schon erfüllt. Jawohl, die Quests, die fliegen heute wieder mal. Aber das waren, glaube ich, auch so ziemlich die einzigen, die wir heute machen. Nein, okay, wir haben die auch noch. Wir brauchen natürlich auch noch Stromkabels. Und Stromkabels machen wir, das können wir schon mal rausschmeißen. Den brauchen wir natürlich auch noch zweimal, die Kinetic Dynamo. Aber da brauchen wir auch die Stromkabels. Von dem her macht es hier Sinn, dass man das Ganze einfach andersrum von der Reihenfolge her macht. Wir brauchen jede Menge Copperplates. Wir könnten die natürlich pressen, aber wir haben noch keinen Strom. Von dem her, wird wohl eher nichts werden. Und deswegen würde ich sagen, wir schnappen uns hier einfach mal ein kleines bisschen Copper. Und da ist die Frage, ist das frei? Das ist frei, sehr schön. Keine Blöcke bitte, sondern hier bitte Platten. Genau, okay, da ist Glas. Das Glas werden wir dann auch noch brauchen. Und zwar hätte ich aber gerne vernünftiges Glas. Und zwar das von Tinker's Construct. Das ist einfach definitiv hübscher. Ich bin mittlerweile auch einmal ein bisschen Night Chisel gecraftet. Das Ganze von Tinker's Construct natürlich. Weil, ja, ich kann die hochleveln und kann die dann irgendwann einmal schneller machen. Weil das auch so interessant ist. Nein, ich kann da den, könnte ich theoretisch jetzt schon, ich habe hier den, äh, den, drei Modifier drauf. Ich könnte theoretisch jetzt schon hier diese Reinforced Blades drauf machen, dass einfach die Durability länger hält. Aber egal, kann ich bei Gelegenheit machen. Muss jetzt im Moment nicht sein. Wo war ich stehen geblieben? Copperplates. Ui, und die müssen wir ja dann wieder mit diesem Zeug um, 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 tüdeln. Da brauche ich doch noch mehr als gedacht. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Übrigens hier mal ein Mending drauf gemacht, weil mich das genervt hat. Junger Mann. Kommen Sie mal bitte aus meinem Gemüsekarten raus. Äh, ich wollte den da drin jetzt nicht schlagen, weil der, ja, nice, sehr schön, weil der mehr sonst wieder die Felder kaputt macht. Die, der, der kleine Rabauke, der große. Und es ist schon wieder fast ausgewachsen. Ja, nicht alles, aber, aber die große Masse könnte natürlich jetzt mit der Watering Can hier durcharbeiten. Aber ich denke, ich muss sowieso warten, bis das Copper durch... Ah, okay, das ist mein Flugstaub. Denken wir, was glitzert denn hier so? Warum ist es hier am glitzern? Die Kiste habe ich immer noch nicht ausgerümmt. Ai, 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 ai. Und ich merke noch gerade was. Die könnte ich auch schon mal abbauen. Und ich will nämlich jetzt, ich will schon langsam umziehen. Ich möchte wirklich gerne umziehen jetzt Stück für Stück. Wir haben jetzt schon... Ah, 32 Platten. Sehr schön. Das ist eine Zahl, damit kann man anfangen. Und jetzt müssen wir eben diese Platten in Copperwires umwandeln. Und da brauchen wir tatsächlich die Engineer's Wires Cutter. Äh? Iron Knife Blade? Die muss ich gießen. Was ist los? Was ist los mit euch? Ähm. Knife Blade Pattern. Die muss ich tatsächlich gießen. Ist das krass? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir brauchen hier zweimal Cobblestone. Wir brauchen hier zweimal Gold. Den muss ich wieder so ein Cast machen. Machen wir natürlich... Oder? Ah, Material Kost 1. Ja, ich glaube, ich mache, ich mache, äh, ein Gold Kost. Gold ist nicht so tragisch von dem her. Aber es ist natürlich alles voll mit Copper. Aber... Das ist doof. Jawohl. Und da haben wir schon unser Iron Knife Blade. Wir könnten eigentlich hier schon mal... Muss ich allerdings das wieder stoppen. Hier unsere neuen LED reinschmeißen. Könnten wir theoretisch... Wenn es klappen würde. Und dann brauchen wir eigentlich, glaube ich, nur... Was war das? Die Sticks? Jawohl. Zwei Treated Wood Sticks. Sehr schön. Genau. Dann können wir uns hier mal gleich den kompletten Stack hier durchballern. Weil... Warum auch nicht? Okay, aber da können wir normale Sticks benutzen. Dann benutzen wir hier definitiv normale Sticks. Ja, dann sind wir einfach ein kleines bisschen zu teuer. Genau. Dann craften wir uns hier schon mal 64 Stück hiervon. Haben damit schon wieder die nächste Quest abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, dann war da in der Mitte nur Eisen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieses Zeug außenrum. Perfekt. Dann haben wir unsere zwei Copper Coils. Das könnten wir eigentlich auch schon mal wieder umcraften. Oh, da hätte ich nochmal ein bisschen abernten können. Wie war das? Eins, zwei, drei, vier. So war das. Okay, dann haben wir jetzt schon mal acht Stück. Acht Stück ist schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang. Das reicht uns vollkommen aus. Wo kommst du denn jetzt her? Ist der jetzt durch das Portal gelatscht? Okay, also ich muss definitiv die Portale so aufbauen, dass das Ganze abgeschlossen ist. Immer wieder kommen mal Mobs her, obwohl eigentlich alles ausgeleuchtet ist. Und das war jetzt sehr verdächtig. Ja, der kam sogar von da drüben, dass er von dort gekommen ist. Aber eigentlich sind da Chunks dort nicht geladen. Und dieses Portal spawnt, glaube ich, auch manchmal Mobs. Hm. Zombie Pigment ist auch schon einer. Wobei, der war aber da hinten drinnen. Vermutlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwie kommen aus den Portalen immer Mobs raus. Egal, muss ich mich auf jeden Fall darum kümmern, dass das ein kleines bisschen sicherer ist. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten den Kinetic Dynamo Craft. Wir brauchen vier Stück Redstone. Denn ich will das Ganze natürlich zweimal. Ich will natürlich beide Geräte betreiben. Und wir machen uns unsere zwei Kinetic Dynamos. Perfekt. Mein Inventar wird schon wieder komplett zugemüllt. Aber das kennen wir ja mittlerweile. Ich bräuchte mal so ein größeres Inventar. So in der Richtung. Wobei, dann würde ich komplett durchdrehen. Wobei, es wäre schon nice. Es wäre schon nice, wenn man... Ja, aber dann findet man gar nichts mehr. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig, ob das cool wäre, wenn man ein größeres Inventar hätte. Hm. Gute Frage. Crafting Table wäre größer. Hier drin wäre natürlich auch nice. Egal. Ich glaube, ich schweife ab. Habe ich keine Copper Ingets mehr? Ui. Das heißt, ich muss gleich mal wieder Copper nachschmelzen. Aber das ist ja kein Problem mit unserer Ore-Excavation. Mittlerweile auch hier... Kann man das irgendwo sehen? Nein? Hm. Auf jeden Fall habe ich hier mittlerweile auch das Ore-Excavation mit drauf. Und ich habe auch sonst noch einige kleine alte Sachen noch mal abgeschlossen. Alte Quests abgeschlossen. Die einfach schon lange offen waren. Wir brauchen... Die Reelers hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Aber schadet nicht, wenn wir die haben. Definitiv. Und ich hätte noch gerne hier einen HV-Kapasitor. Warum nicht LV? Wir haben die LV-Wire. Wir produzieren, was weiß ich, 80 RF pro Tick. Da bräuchte man definitiv keinen HV-Kapasitor. Aber, wenn man mal schaut... Kapasitor... Der braucht Lead, Copper, Eisen-Treated-Wood, Redstone. Der braucht ein kleines bisschen mehr. Der braucht nur Elektrum. Der braucht halt Steel. Aber... Es ist alles kein... Kein Material, das wir nicht haben. Von dem her... Denke ich... Es macht Sinn, dass man hier gleich auf die große Stufe geht. Weil wir dann einfach... Ähm... Wenn wir das Zeug brauchen, das Zeug auch haben. Einmal Stahl, bitte. Jetzt bittet mein Inventar zu. Jetzt ist es vorbei. Alles dicht. Folge vorbei. Schluss, Ende. Nein, natürlich nicht. Aber ich... Ich muss das Holz rausschmeißen, sonst können wir gar nicht alles craften. Sonst haben wir hier wirklich ein kleines Problem. Haben wir Aluminium-Ingots? Nein. Platinum, Aluminium. Wir brauchen... Was habe ich gesagt? Zwei Ingets. Okay, zwei Ingets gehen flott. Vor allem bei Alu. Haben wir ja letztes Mal gesehen, das schmilzt wie... 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 Wie Schnee. So. Wir machen das wieder kaputt. Okay, warten nochmal kurz. Jawohl, jetzt funktioniert es wieder sehr schön. Wir brauchen einmal nur die Inget-Form. Und dann schmeißen wir hier unsere zwei Aluminium rein. Wie gesagt, die sollten... Ja, schneller als ich schauen kann, sind die schon geschmolzen. Wir haben unsere beiden Aluminium. Und dann können wir uns den HV-Kapacitor craften. Wie gesagt, wenn wir dann nochmal Strom brauchen, dann sollten wir den hier zur Genüge zur Verfügung haben. Jetzt haben wir natürlich das komplette Treat-It-Boot rausgeschmissen, was nicht ganz so schlau war. Aber... Zack. Sehr schön. Okay. Bedeutet, wir haben alles und können mit dem Aufbau anfangen. Und ich will natürlich jetzt schön langsam nicht mehr hier in der alten Base rumwurschteln, sondern ich würde gern irgendwann nochmal sagen, okay, wir ziehen um in die neue Base und deswegen macht es Sinn, dass man hier einfach sagt, okay, wir bauen das gleich komplett oben auf. Denn wenn wir hier neue Maschinen bekommen, dann werden wir die definitiv auch da oben aufbauen. Beziehungsweise ich werde sogar die alten Maschinen jetzt Stück für Stück hier einfach hochziehen. Ich habe hier den Spanner mal weggebaut. Habe hier mal eine unendliche Wasserquelle wieder mit der Aquädukte drunter hingebaut. Denn hier werden wir unseren Water-Teil aufbauen. und ich denke, hier werden wir unseren Windrad aufbauen. So heißt das Teil. Sehr schön. Genau, wir schnappen uns hier ein kleines bisschen von diesem Zeug. Genau, dann bauen wir hier einfach so eine kleine Halterung, wo eben der Kinetic Dynamo reinkommt. Perfekt. Eine Windmüll dran. Die Windmüll sollte sich eigentlich gleich drehen. Jawohl, sehr schön. Und jetzt müssen wir bloß nochmal unsere Segel dranpappen. Nice. Ja, und da dreht sie sich deutlich schneller. Also soll man gleich ganz eindeutig sehen, dass sie sich schneller dreht. Und jetzt können wir hier eben unseren Strom produzieren. Perfekt. Okay, der ist schon voll aufgeladen. Genau, dann können wir hier unseren HV-Kapasitor aufbauen. Die Frage ist nur, wo bauen wir den hin? Ich denke immer, die Maschinen werden dann irgendwo in diesem Bereich hinkommen. Wir könnten natürlich, also, ich glaube, ich baue das jetzt einfach mal hier auf. Dann müssen wir halt schauen, wo wir dann genau wirklich hingehen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber ist ja dann auch egal. Werden wir dann sehen. Der lädt gar nicht so schlecht. Weil wir hier so hoch sind. Wir sind ja wegen Astral Sorcery hier auf fast 120 Blöcke Höhe. Läuft. 10.000 EF oder IEF. Ja, alles gut. Dann haben wir eben IEF. Genau, dann können wir uns nochmal... Und das Wasser... Bringt dann das Wasserrad überhaupt so viel? Also, normalerweise bringt das Wasserrad, glaube ich, mehr als der Windmill, oder? Oder irre ich mich da gerade? Kann natürlich auch passieren. Ab und zu kann das passieren. Egal. Ich würde sagen, wir bauen hier mit Big Tile. Genau, dann bauen wir eben hier unsere kleine Konstruktion auf. Wir müssen einmal hier... Das Planungstool natürlich war wieder im Einsatz, ganz klar. Erstmal so eine kleine Umrandung bauen. Wobei, äh... Ja, doch. Ich denke, hier können wir das machen. Die Frage ist, wie rum lassen wir es drehen? Ich denke, wir lassen es in diese Richtung drehen. Und wir brauchen hier definitiv auf jeden Fall schon mal die komplette Höhe. Und einmal einen Rahmen links und rechts. Weil die komplette Höhe hier eigentlich ein bisschen übertrieben ist. Hier soll eigentlich nochmal eine Zwischendecke rein. Also die Cobblestone-Schicht, die ist eigentlich nicht sichtbar, weil da eben auf dieser Höhe die Zwischendecke ist. Aber wir brauchen hier wirklich die tatsächliche Höhe von sieben Blöcke. Von dem her... Ähm... Eins, zwei, drei. Dann müsste theoretisch hier der Dynamo hinkommen. Und da dran müssten dann die Wasserräder kommen. Jawohl, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich mache die jetzt aber nochmal weg. Weil ich glaube, dann tue ich mich leichter insgesamt. Genau, dann brauchen wir eben hier einmal eine Abtrennung. Und... Hier auch. Hier läuft dann das Wasser runter, hier rüber. Läuft dann hier rüber. Und hier wieder zurück. Hier läuft auch nochmal Wasser rüber. War das hier noch eins? Ich glaube, so war das. Muss ich es doch nochmal kurz aufbauen. Ja, genau. Also von hier läuft Wasser rüber. Von hier läuft Wasser rüber. Das Ganze läuft hier runter. Werden wir natürlich jetzt am Anfang erstmal alle meine Fackeln wegschwemmen. Aber naja, dann ist es halt so. Dann soll es so sein. Und jetzt müssen wir eben das Wasser noch vernünftig verteilen. Und da habe ich mal... Ich werde mal das Tool wieder rausholen. Die mal weg... Die kann man wegmachen. Die kann man... Die werden sowieso alle weggeschwemmt. Dann sammelt ich es lieber jetzt auf, bevor es dann wegschwimmen. Die haben ja auch Geld gekostet. Genau. Sehr schön. Dann einen Water Bucket. Also wir haben hier einmal den Wasserfluss hier rüber. Sprich, wir brauchen hier einmal Wasser. Und die müssen wir jetzt per Hand aufbauen, weil wir haben hier kein unendliches Wasser. Das ist ein bisschen doof. Aber egal. Genau. Und das Wasser fließt dann, weil hier das Wasserrad ist, müsste in diese Richtung fließen. Ich hoffe, dass das jetzt so passt, wie ich das Ganze hier aufwurschtel. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Und da oben auch nochmal drei. Damit sich das eben... Ja, der Hauptfall. Die Hauptwasser... Die Hauptwasserzufuhr wollte ich schon fast sagen. Die Hauptwasserrichtung muss natürlich auch laufen. Zwei und... Drei. Und jetzt müsste eigentlich alles passen. Wir müssen natürlich das Ganze noch ein bisschen eingrenzen, weil momentan ist alles ein kleines bisschen doof hier. Kannst du bitte da dran gehen? Ah! Dann fliegen wir eben. Okay, prinzipiell. Jetzt müssen wir natürlich da oben noch abtrennen. Da ist die Frage... Ich glaube, da machen wir auch wieder so eine komplette Abtrennung, wie wir es hier gemacht haben. Weil der obere Bereich ist sowieso... Der ist sowieso in der Zwischendecke. Von dem her sieht man da sowieso nichts davon. Muss man natürlich schauen, ob man das dann wirklich auf Dauer hier so lasst. Ähm... Hier müssen wir theoretisch auch nochmal zumachen, weil das auch nur Zwischendecke ist. Wie gesagt, bis zur Cobblestone-Schicht ist nochmal alles zu. Genau, dann können wir hier unser Glas aufbauen. Jawohl. Perfekt. Genau, dann haben wir eben oben das Wasser, das einmal komplett außenrum fließt und dann hier wieder zurück fließt. Wir haben das Wasser, das unterhalb der Mittelachse auch in diese Richtung fließt. Und wir haben das Wasser, das überhalb der Mittelachse in diese Richtung fließt. Von dem her müsste das das Maximum sein, was wir hier rausbekommen. Und dann können wir hier mit dem LV-Wire-Connector... Hm... Wie gehen wir jetzt da am besten? Ich glaube, wir gehen hier wirklich oben über die Decke und dann oben da rein. Ähm... Stopp! Ein Relay und ich benutze definitiv hier immer die isolierten Kabel, denn ich habe keine Lust, hier wieder von Stromschlägen zu sterben. Und zack. Oh ja. Wie viel passen da rein? Ähm... Drei Nullen, sechs Nullen, vier Millionen und wir haben schon über 300.000 IF gespeichert. Nice. Ich denke, damit können wir was anfangen. Ich würde sagen, ich hole jetzt nochmal kurz die anderen Maschinen hier rauf und mache das nochmal ein ganz kleines bisschen hübscher. Jawohl. Und dann klopfen wir bloß nochmal mit dem Hammer ein bisschen auf unsere Maschinen rum, wie man es eben so macht. Und wir haben alle drei hier oben stehen. Wobei, das gefällt mir nicht. Den werde ich... Machen wir sofort. Der hat jetzt bloß einen Block Abstand, der andere hatte zwei Blöcke Abstand. Das ist ein bisschen doof. Auch wenn die Maschine kleiner ist. Ist natürlich early game ganz nice, wenn es nicht so groß ist. Aber hübscher wäre es natürlich, wenn es genauso groß wäre. Ja, es ist deutlich besser. Deutlich besser. Genau. Und hier habe ich nochmal eine kleine Korrektur vornehmen müssen. Denn ich habe gesehen, es war... In der Mitte ist kein Wasser geflossen. Ich habe anscheinend hier ganz oben den Wasserblock falsch gesetzt. Und diese Reihe Stein habe ich nochmal ausgetauscht gegen Glasblöcke. Weil es einfach doof ausgeschaut hat, wenn hier ein Steinblock war. Und der Rest ist alles schön Glas. Genau. Habe ich ein bisschen XP drinnen. Kann das da runter gehen? Nein. Also das XP, das muss jetzt wohl oder übel für immer da drinnen bleiben. Jawohl. Und damit ist leider die Folge auch schon wieder rum. Wir haben Strom. Und damit haben wir einige Quests abgeschlossen. Eine komplette Reihe hier. Genau. Jetzt ist aber auch diese Quest-Reihe mal abgeschlossen. Einfach nur einmal alles gecraftet. Genau. Jawohl. Dann habe ich auch nochmal das abgeschlossen. Dieses Teil habe ich gemacht. Das sind laut... Also alles lauter Quests. Dieses Teil habe ich gecraftet. Die eigentlich für uns relativ uninteressant sind. Dementsprechend habe ich mir gedacht, mach einfach Offscreen. Kein Thema. Und wie ich am Anfang der Folge gesagt habe, ich will einen Eimer voll Strom haben. Wir haben einen riesen Eimer voll Strom. Wir haben eine HV-Kapacite-Bank. Die mit Sicherheit jetzt schon voll ist. Und damit definitiv dann genügend als Anfang für die zukünftigen Maschinen. Damit würde ich sagen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wie immer noch zum Schluss mein Wunsch. Bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ich schrotte jetzt mein PC. Und ich schrotte jetzt mein PC.